Leute, Leute, wir sind gerade im Studio in München mit Julian. Wir nehmen den letzten Track auf für mein Album und haben gerade angefangen und ich denke, so wie Profi ist, halbe Stunde und dann sind wir durch. Die haben ja auch alle gemietet privat, wenn du so selbstständige Kameramann bist, kostet ja eine Kamera 100.000 Euro, gemietest du die und alle 5 Minuten Tapewechsel, wird dann gerufen. Da kannst du auch so Streichel dann reinmachen. Und gleich hörst du dich auch selber über die Kopfhörer und zwar jetzt. Jawohl. Ja, sehr schön. Wir stehen im Laufe unseres Lebens vor Mauern, in Zählern vor Bergen, Gefahren die lauern. Ich hab das alles schon gesehen, deshalb sag ich, auch du wirst es schaffen, wirst sehen. Wir stehen im Laufe unseres Lebens. Mit Steine auf dem Weg. Über Quellen und zu zweifeln, schau nach oben zu. Ich bin stark, oben zu dem Schlosser gehen wir weiter, gerade auch.